So, jetzt gleich sind wir beim Shop. I take you to the candy shop. Ja doch, wird dunkel. Ich wollte gerade schon auf das Schild schießen. Das arme, unschuldige Schild. Echt mal, ey. So, ich packe erstmal wieder meine Axt aus, weil... Oft gewohnt, beziehungsweise oft schon gesehen, dass sie zum Wüste und da sind. Hm. Hier ist mal nix. Ja, hier ist gar nix, ne? Da oben liegt was. Schnellloader. Oder sowas. Snaploader. Ein Schnapploader. Brauch's. Ist der nicht für meine Waffe? Ich nehm ihn mal mit. Mach das. Der will ihn nicht nehmen. Doch, jetzt schon, oder? Ja. Jetzt hat er... Gut, jetzt hab ich auch ein gelbes Kettchen. Ich nicht. Wie schnell's dunkel wird, ne? Da steht ein feierlicher. Ja gut, wir sind jetzt auch in nem Gebäude, ne? Also da ist dann schon mal noch ein bisschen dunkler. Ja. Ich weiß nicht, ob's draußen viel heller ist als hier. Was ist das da? Stehen irgendwie... Doseboden oder sowas? Jawoll. Ist das ein Pfeil? Ist das ein Pfeil? Ist das ein Pfeil? Ne, ne Machete. Kannste auch nach Leuten werfen. Jo, schon. Schießen bestimmt auch. Ob das ganz so effektiv ist, ist dann dahingestellt. Okay. Flying Machete. Das war's dann anscheinend hier. Der Baum ist so rot. Also jedenfalls die Blätter, die da dranhängen, im Gegensatz zu dem Rest jetzt hier. Ja. So, gleich ist dunkel. Toll. Komm, lass noch ein bisschen laufen. Wohin denn? Ähm, hier gibt's noch ne Polizeistation. Wenn wir hier... Ich höre etwas. Ist das jetzt ein... Zombie war, oder... Hat sich auf jeden Fall seltsam angehört. Hm. Wie sitzt denn da... Auch schön. Ich bin mal kurz in das Haus neben dem Shop reingegangen. Ja, ich komm hinterher. Ich mach mal die Tür zu. Um was zu trinken. Was ist das dunkel hier? Ja, ne. Ich mein, ich hätt ne Lampe dabei, ne? Ich nicht, glaub ich. Ne, ich hab meine weggeschmissen. Ich könnte uns den Weg leuchten, aber das ist dann immer so... Eine Zucchini. Und die ist, äh... Rotten. Rotten. Äh. Was? Was? Ach. Guck dir das mal an. Ja, das sieht echt so aus. Ich dachte gerade, da steht jemand... Da steht da irgendwie... Der Ofen dahinter. Das ist schon lustig. Ich dachte gerade, da steht hier, ist gar nix. Warum geh ich dann eigentlich immer noch hier hoch? Ich weiß doch genau, dass es da immer wieder... nix gibt. Ist alles okay? Ja, mein Vater ist am Bohren. Also... Oh, was haben wir hier noch? Rasputin. Was? Und nen Helm. Ich bin schon mal wieder draußen. Ich komm raus. Ich bin jetzt nach links gegangen. Aber wir müssen die Straße hoch. Um zur Polizeistation zu kommen. Äh, den Berg hinauf oder die Straße an sich rauf? Zu mir. Wo bist du? Ich bin bei dem Shop wieder in der Ecke. Bis bei dem Shop? Okay, ich seh dich. Und dann müssen wir hier hoch. Okay. Yeah. Hat jemand Verbindung verloren? Es ist nur noch der Apfel da und Igor! Ups. Ich möchte gerne dahin... Ach. Zaun. Es gibt hier irgendwie noch ein, ähm... Oh, was ist denn da passiert? Client not responding. Kicked off. Client not responding. Okay. Okay. Auf jeden Fall gibt's irgendwo auf der rechten Seite ein Bürogebäude und dann auf der linken Seite... Oh, wird das dunkel, ey! Da ist schon mal das Bürogebäude. Mhm. Da gehen wir schon mal rein, oder? Ja, kann man ja da machen. Oder waren wir erst oben ins Dings? Wir gehen erst oben ins Dings. Weil es kann ja sein, dass der ab einer gewissen Zeit der Server neu startet. Das ist richtig. Weil dann haben wir schon mal ein bisschen was und dann haben wir noch mehr. You understand? I do, I do. Ich hab's auch mal bei Simpsons eine Folge, wo Apu singt. Weiß ich nicht. Äh... Wo er nicht mehr Leiter des Quickie-Markts ist. Uh, ein Apfi. Oh, eine Cola. Mitnehmen. Nein, ich hab keinen Platz mehr. Doch, ich hab Platz. Was redest du denn da an für den Müll? Es wird jetzt voll anstrengend, Sachen zu finden, ey. Ach komm. Was? Zack. Und... Sieben. Was? Sieben. Ich hab was auf die sieben gelegt. Achso, Taschenlampchen wahrscheinlich, ne? Ja. Ah, ich muss die Batterie noch reinmachen. Das wär ganz, äh... Ich seh nix mehr. So. Wahrscheinlich werden die Leute sich denken, äh, du siehst doch noch was. Aber ich tu das im Nachhinein, mach ich mehr Kontrast rein und die hell ich... Hell ich... Hell ich... Hallo. Ja. Haha. So, ich guck da mal noch schnell durch den Raum durch. Ob du was vergessen hast. Hier liegt irgendwas. Ein Stift. Bist du hinter mir? Nein. Ich seh deine Lampendinger. Den... 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 Leu... Lichtschein... Der geht durch die Wand durch. Ich hab ne mega geile Lampe. Bist du noch im Erdgeschoss? Ja. Ich komm jetzt gleich die Tür durch. Okay. Wuff. Das ging schnell. Ich bin mal so frei und mach hier mal... Klappe dicht. Ja, mach das. Ich mein, man muss es ja nicht drauf anlegen. Das ist... Ach, jetzt hab ich mich grad schon gefreut, das ist ganz gut. Oh. Baut zu sketchen bei mir. Ja, das ist schon mal ganz gut. Hier liegt auf jeden Fall. Rasputin! Gibt hier noch irgendwas? Da hab ich noch was im Schrank. Rotten Apple. Es ist so dunkel. Ich hab Angst. Brauchst du doch nicht. War es noch ne Tür? Ich sehe eine Tür. Ja, Tür öffnen. Du sollst nicht nachladen. Hehehehe. Achso, das ist wahrscheinlich jetzt die untere Tür, die ich versucht hab aufzumachen. Gut, ich hab ein gelbes Kettchen. Bei mir funktioniert grad nichts. Ja! Geil! Ja gut, der kommt dann. Schalt, äh... Nein, du sollst nicht die Tür öffnen. Du sollst... Turn off, genau. Turn off. Sehr schön. Mit etwas Glück ist es dann jetzt ja auch wieder hell. Ja. Hoffentlich. Und ich steh dann da wie ein Depp und hab, äh... Taschenlampe an. Die Taschenlampe an. Hehehehe. Oh, das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Ach... Säufer. Hehehehe. Yay! Noch ne Dreiviertelstunde und ich kann mein Paket abholen gehen. Yay! Ich warte noch auf ein Paket. Ich warte noch auf zwei. Ja, eigentlich schon zwei, ja. Einmal... Was ist das eine, das ich noch abholen möchte? Einmal Schraubnäten und einmal eine Tupperdose. Hm. 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 Bei mir sind's die Asterix Blu-Rays. Nee. Ich war gestern echt am überlegen, ob ich mir David der Kabouter die ersten 15 Folgen oder so auf DVD holen soll. Uh. Hehehehe. So. Da... Da stand's auch gerade, der Server startet jede Stunde neu. Was? Cannot load texture irgendein Helm. Spielen. Toll. Ah. Jetzt muss ich erstmal wieder den Server suchen. Es ist auf jeden Fall mal hell. Wo ist denn der Server? Hehehehe. Und es regnet. Wie hieß der nochmal? Schnetzelbude. Oh, ich hab ein rotes Kettchen. Ich kann ja mal versuchen, oder ich könnte mal versuchen, sich zum Spiel einzuladen, dann muss ich aber, glaub ich, raus tappen. Nee. Mach das nicht. Ich hab jetzt einfach nach Bude gesucht. Rammelbude. Hehehehe. Metzlbude. Aber es war eine Schnetzelbude, ne? Ich glaub die hieß Schnetzelbude, ja. Also hier steht Metzlbude High Military Loot. Zwei Stunden Server Restart. Nee, das war's nicht. Drahtwurstbude. Hehehehe. Schnetzelbude. Verbindend. So, ich geh dann gleich mal nach unten. Mhm. Fang unten mal an. Ich geh dann von hier aus, wo ich bin, nach oben. Ich geh dann von hier aus, wo ich bin, nach oben. Okay. Raus, Boudin. Was ist denn hier los? Ich muss mal grad ins Grafikmenü. Dankeschön. So. Ja. Dankeschön. Oh. Ey, wir haben wieder vernünftige Farben, das ist unfassbar geil. Oh, ich bin ja schon ein bisschen stolz. Grad. Und Wetter. Wetter haben wir auch. Regnet? Bei mir regnet's ja. Ja, es regnet. Scheiße. Das müsste eigentlich dann auch bei ihr. Ich wollte grad sagen, das müsste auch bei dir regnet. Das haben sie ja. Gefixt. Ich musste erst mal aus dem Fenster gucken. Streichhölzer. Ein Buch. Und noch ein Buch. Ne, das ist ne Notiz. Tja, dadurch, dass die Server ja alle Stunde neu gestartet werden, macht's ja wenig Sinn, eine Notiz zu schreiben und liegen zu lassen. Haha, du möchtest euch bad. Ich hab schon alles mitgenommen. Eine Rotten Zucchini. Einmal Peach. Peach. Peach hab ich hier. Dann trink... Ja, ich hab schon... Ah, ich trink das einfach, dann hab ich Platz. Schuhe. Jede Menge Schuhe. Weh, du fühlst dich jetzt stuffed. So, da kam ich her. Da warst du schon drin. Oh, warst du da drin? Wo? In dem einen Raum hier? Da liegt ne Knifte. In dem einen Raum hier? Ach, da bist du. Ja, da war ich drin. Ne Blaze, irgendwas. Ja, die, die ich hab. Und ein Bajonett für das SKS. Da hab ich mir gedacht, nö. Ich bleib erstmal bei meinem Bogen. Ding. Unten war jetzt nix neues. Nö, zumindest nix besonderes. Nö. Also, n paar Getränke. Daraus steht noch Bohnen. Nicht das Beinbrechen, Schnucki. Bohnen. Bohnen sind immer gut. Bohnen? Bohnen. 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 Ne, das ist ja gar nicht hier. Böhn sacht. So, ich geh wieder runter. Draußen stand ja keine Autos, ne? Ich hab keine gesehen. Was liegt da? Was liegt da? Was ist das? Hütchens. Und am Tisch liegt noch ne Zucchini, falls du dich gesund ernähren willst. Ich glaub, die ist rotten, oder? Ja. Ja. Falls ich mich gesund ernähren möchte und ich wieder krank werden möchte und dann wieder alles auskotzen muss. You are getting wet. Nö, dann bleib ich drin. Ja, dann bleib ich auch drin. Ich hab's ja schon mal... Oh. Was? Bei mir hat es gerade gedonnert. Echt? Das find ich ja mal fein. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Und... Nochmal? Das ist ja neu. Ich hatte's letztens auch mal Donnern hören. Da war ich aber, glaub ich, nur irgendwas am ausprobieren. Also ich hab mich nicht rumgefügt. Ah, jetzt hat's gedonnert. Jetzt pisst's aber... Jetzt pisst's aber hier wie Sau. Gibt's Regenschirme? Nein, aber Regenjacken. Ja, aber Regenjacken scheinen ja anscheinend nix zu bringen. Mich kommt nicht unter's Bett. Ich bin unter's Bett. Hm. So, dann kann ich ja mal ein bisschen mein Inventar sortieren. Ja, ich bleib aber nicht hier in der Zelle stehen. Das ist mir zu... Achso, wegen Durchbrücken. ...offensichtlich. Ich stell mich mal hier in den Gang. Ich stell mich unter die Treppe. Ne, ich... Ich stell mich hier hin. Und ziehle auf die Tür. So, auf Kopfhöhe ungefähr. Und jetzt... ...tu ich mein Inventar... ...satieren. Und jetzt... ...und jetzt auf dem Grün hab ich auch noch. ...und jetzt auf die Tür. Und jetzt auf dem Grün.